So ihr Lieben, Hallihallo, hier ist Gabi mit Co-Pilot, Sabine, es geht los, es ist jetzt um drei, wir starten jetzt Richtung Morken, erst mal Richtung Morksee und dann werden wir sehen wie weit wir kommen, alles klar, ich melde mich. Hallo, guten Morgen, hier ist Gabi, da ist Sabine aus dem wunderschönen Schweden, wir sind jetzt hier in Schweden gelandet, wir sind Freitag um drei losgefahren, Freitagnachmittag und sind erst mal 600 Kilometer gefahren bis Flensburg. Sind dann nach Dänemark, gestern durch Dänemark durch, ging eigentlich alles ganz gut und seit gestern Nachmittag sind wir in Schweden. Ja, wir haben übernachtet, wo haben wir übernachtet, auf so ein Auto, ja aber wo wir jetzt genau sind, kann ich nicht mal sagen, wo sind wir genau. Also wir haben jetzt durch Zufall, weil wir wollten jetzt die Chemietoilette leeren, haben wir jetzt mal eine Tankstelle angefahren und haben da einen Rastplatz entdeckt, das muss ich euch gleich nochmal zeigen. Also sowas ist in Deutschland eigentlich undenkbar. Wunderbar, Toiletten, saubere Toiletten mit warmem Wasser, mit Seife, getrennt Männer, Frauen, Chemietoilettenentsorgung, Wickeltisch, Müllentsorgung, gleich hier gegenüber ist eine Gaststätte. Also wir sind jetzt ungefähr 500 Kilometer vor Stockholm, also wir haben noch 1600 Kilometer vor uns, wenn wir das denn schaffen. Ja, ansonsten muss ich sagen, hat alles gut geklappt, also da mit dem Tanken hatte ich ein bisschen Probleme an der Tankstelle, da habe ich das mit der Karte nicht geklappt, aber dann habe ich jemanden gefragt und der hat mir dann geholfen. Also man kann ja fragen, die Leute sind ja alle nett und freundlich und ja, es ist eben ein sehr weites Land Schweden. Ja, ich werde nachher mal noch ein bisschen, also irgendwie ein bisschen von der Autobahn runterfahren und vielleicht mal in ein Dorf fahren oder in eine kleinere Stadt, dass man da noch ein bisschen was sieht. Ja, ich mache hier mal einen Rundschwenk, also wir stehen hier direkt vor den Sanitäranlagen, wie gesagt, sehr schöne Anlage. Ja, hier hätte man auch gut übernachten können, also hier stehen noch einige Camper, ja, das ist, hier ist die Toilettenanlage, Dusche, Dusche, ne, Dusche ist nicht da, ne, Toilette nicht. Aber, ich wollte euch nochmal die sanitären Anlagen zeigen, hier ist Behindertentoilette. Alles sauber. Seife, Wasser, Wasser, alles da, also, Wahnsinn. Toiletten, auch Toilettenpapier, ne, hier ist Kehens. Toiletten, und eine super Chemietoilette. Also, muss ich sagen, das ist wirklich top. Hier hinten ist noch eine große Wanderkarte. Ja, da können wir mal gucken, wo wir uns denn befinden. Ach so, ja, wir sind ja praktisch hier von Dänemark gekostet. Und sind da oben dann, und dann geht's Richtung Stockholmen. Ja, sehr schöner Rastplatz. Sabine, überwachtes Auto. Winke mal. So, wir werden mal weiterfahren. Du kannst doch gar nichts einkaufen. Du musst den Korb draufstellen. Nein, ja. Ich werde nur so im Korb nehmen. Nein, ich brauch's da nicht mehr. Ja. Nein, nein. 15. Was? Die Heiler. So, die. Nö, geht. Ich hab die Preise. So richtig kenne ich mich mit den Teilsen gar nicht aus. Also was bei uns eine Melode kostet, keine Ahnung. Ja, was kostet denn der Äpfel bei uns? Nein, der kostet so 32. Weil die Bananen sind bei uns... Oh ja, das ist schon teuer die Bananen. Lufth, Melona... Party-Zubehör. Brot. Riesen Toastbrot. Um Gottes Willen. Sabine. Hier gibt's Toastbrot für dich. Guck doch mal hier. Hier die größten. Zimtschnecken, die gibt's bei uns auch. Aber was die kosten, weiß ich auch nicht. Wundefutter. Ja. Ja. So. Ich fahr jetzt einkaufen. Jetzt will ich euch mal meine Ausläufe zeigen. Um Koop. Und zwar. Um Koop. Muss ich mal gucken. Ich hab jetzt bezahlt. 110 Kronen. Drei Joghurt und zwei Schokoladen. 10 Kronen. Also ich kann mich erinnern. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm. Meine letzte Freundin. Die hatte... In Schwedener Haus. Birgit, wenn du das Video siehst. Hallo. Und ich kann mich erinnern. Die hat immer erzählt. Da gibt's eine besondere Schokolade. Die so gut schmeckt. Da ich ja nun selber keine Schokolade esse. Ich seh zwar aus wie ein Schokomännchen. Aber ich... Ich ess ja gar keine Schokolade. Aber die hat immer geschwärmt. Von der Schokolade. Nun weiß ich nicht, ob das die ist. Die Marapur. Keine Ahnung. Oh, die ist ja sindhaft teuer. Also... Das sind ja praktisch dann... Über 20 Euro. Ja. Wahnsinn. Ja. Also Birgit, falls du das Video siehst. Schreib mal bitte in die Kommentare. Ob das die richtige Schokolade ist. Wenn die... Das die nehm ich. Dann nehm ich die nehm ich für meine Mitarbeiter mit. Ich weiß aber nicht. Ob die das ist oder... Wenn nicht. Die werden sie auch essen. Gut ihr Lieben. Das war's erstmal. Vom schwedischen Einkauf. Unter 3. Aber nicht unter 3. Nein. Da ist das nicht meinst. Da ist schön. Eine Löwenhöhle. Hat Mutti gekriegt. Eine Löwenhöhle. Mutti. Also ist jetzt natürlich ganz schön warm. Unfrohlich. Was ist denn das? Ich hab nur Schokolade. Was? Schokolade. Na du traust dir was. Und ein schönes Eis. Was? Na sag mal die Kalorien. Das ist der erste seit ewig. Ja. Woah. Ja.